Die Matoma-Kirche entstand, als sich zur Zeit der britischen Kolonialherrschaft in Indien reformatorische Ideen unter den Thomaskristen verbreiteten. Sie ist eine vormals altorientalische Kirche mit reformiertem westsyrischen Ritus in Glaubens- und Kommuniongemeinschaft mit der anglikanischen Kirche. Kirchenoberhaupt ist der Metropolit Josef Matoma. Sie hat ungefähr 900.000 Mitglieder in zwölfe Jözesen, überwiegend in Kerala in Südindien. Die Kirchenverfassung entspricht der der anglikanischen Kirche. Die Bischöfe werden von einer Kirchenversammlung gewählt, in der zu zwei Dritteln Laien vertreten sind und von einer Episkopal-Synode unter Leitung des Metropoliten ernannt. Die Kirchenversammlung ist die gesetzgebende Körperschaft, die Verwaltung untersteht einem Senat, dem der Metropolit und der Generalvikar von Amts wegen und gewählte Vertreter der Kirchenversammlung angehören. Die Bischofssynode ernannt die Priester und kann neue Diözesen schaffen. Beschlüsse der Kirchenversammlung bedürfen der Zustimmung der Synode, um Gesetzeskraft zu erlangen. 1952 spaltete sich die St. Thomas Evangelical Church of India, die noch stärker protestantisch orientiert ist, von der Matoma-Kirche ab. Metropoliten, 1637 bis 1670 Matoma I, 1670 bis 1686 Matoma II, 1686 bis 1688 Matoma III, 1688 bis 1728 Matoma IV, 1728 bis 1765 Matoma IV, 1765 bis 1808 Matoma VI, 1808 bis 1809 Matoma VII, 1809 bis 1816 Matoma VIII, 1816 bis 1817 Matoma IV, 1816 bis 1816 Polykortil Madionysius, 1816 bis 1817 Matoma IV, 1817 bis 1825 Punethragivagis Madionysius, 1825 bis 1852 Cepatou Philipposemadionysius, 1852 bis 1877 Matthews Mar Athanasius, 1877 bis 1893 Thomas Mar Athanasius, 1893 bis 1910 Titus I, Matoma, 1910 bis 1943 Titus II, Matoma, 1943 bis 1947 Abraham Matoma, 1947 bis 1976 Johannen Matoma, 1976 bis 1999 Alexander Matoma, 1999 bis 2007 Philipposemacrysus Toma, 2007 bis 000 Josef Matoma, Bistümer